Wenn man in Schwandorf einen Hubschrauber landen sieht, fliegt er meistens zum Weinberg zur Bundespolizei. Da sind wir jetzt auch und zwar im gemeinsamen Zentrum von Bayern und Tschechien. Die Polizeien arbeiten zusammen und der Präsident der Bundespolizei, Hubert Steiger, der ist heute zu Gast und erzählt uns, wie die Arbeit so verläuft. Eingeladen hatte den Präsidenten der Bundestagsabgeordnete Karl Hohlmeier. Und so befanden sich dann unter den Gästen der Gesprächsrunde auch Landrat Thomas Ebeling, Oberbürgermeister Andreas Völler und der Landtagsabgeordnete Alexander Flerl. Nach der Begrüßung konnten sich so die Gäste im Gespräch über die Arbeit des gemeinsamen deutsch-tschechischen Zentrums informieren. Selbiges haben wir auch getan und die Verantwortlichen standen uns gerne für ein kurzes Gespräch bereit. Wir stehen hier beim gemeinsamen Zentrum in Schwandorf. Der Bundespolizeipräsident Hubert Steiger ist bei mir. Sie haben für Schwandorf sozusagen Daumen nach oben gegeben. Wie sieht es für den Standort aus von Ihrer Warte? Der Standort Schwandorf ist Heimat verschiedener Bundespolizeieinrichtungen. Das beginnt natürlich mit dem gemeinsamen Zentrum. Das ist sicherlich auch international eine bedeutsame Einrichtung mittlerweile. Dazu kommen noch eine Zentralstelle für die Bußgeldbearbeitung. Dazu kommt noch eine Außenfortbildungseinrichtung, die zur Direktion München gehört. Genauso wie zwei Einsatzzüge einer mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit und noch eine weitere operative Einheit. So dass hier in Schwandorf, was ja mal Standort einer Bundesgrenzschutz- oder Bundespolizeiabteilung war, sicherlich nicht mehr in gleicher Größenordnung Bundespolizei vorhanden ist. Aber durchaus noch eine beachtliche Anzahl von Einrichtungen. Es gibt dazu noch einen Stützpunkt für den Hubschrauber, der hier für den nordostbayerischen Raum zum Einsatz kommt. Und es ist noch ein ausgelagerter Teil einer Kfz-Werkstatt, die ihren Hauptsitz in Bayreuth hat. Wenn man sich die vergangene Zeit anschaut, wie hat sich die Arbeit, die Aufgabe entwickelt für den Grenzbereich, wo die Bundespolizei ja auch eben hauptsächlich zuständig ist? Wie muss man sich momentan die Herausforderungen vorstellen? Ist es schwieriger geworden, sehr ausgelastet? Wie ist Ihre Bewertung davon? Ja, das hängt jetzt davon ab, welche Grenze man betrachtet. In Bayern haben wir ja zwei Grenzen, die eine zu Österreich, die andere zu Tschechien. Hier oben im nordbayerischen Raum ist es natürlich die Grenze zu Tschechien. Dort haben wir sicherlich nicht dieses große Migrationsaufkommen, was wir in der österreichischen Grenze, insbesondere Ende letzten Anfang dieses Jahres, erlebt haben. Hier sind es ein bisschen andere Kriminalitätsformen, nicht in der Häufigkeit, aber eben auch, die eine permanente Arbeit von Landes- und Bundespolizei gemeinsam mit den tschechischen Kollegen erfordern. Das ist Betäubungsmittelkriminalität, das ist jetzt so um den Jahreswechsel Waffen- und Sprengstoffkriminalität, also Stichwort Silvesterböller, die in Deutschland nicht zugelassen sind. Und es ist halt eine ganze Menge so an Kleinkriminalität, die über die Grenze kommt. Einkäufe von nicht zugelassenen Gegenständen, Diebstahlsdelikte kleinerer Art. Das ein oder andere auch an Urkundendelikten, aber wenig tatsächlich in Migration, sondern da hat halt mal einer seinen Ausweis vergessen und bewegt sich so im Ordnungswidrigkeitenbereich. Sie selber gehen im November in Ruhestand, das ist richtig. Dafür wollen wir Ihnen alles Gute wünschen und herzlich danken. Ja, ich bedanke mich auch und alle guten Wünsche nehme ich gerne auf. Wunderbar, danke schön. Ja, bitte schön. Super. Und jetzt wollen wir vom Leiter des Gemeinsamen Zentrums, von Markus Leitl, natürlich wissen, wie muss man sich denn den Alltag vorstellen? Was für Art von Kriminalität passiert hier tatsächlich? Wo müssen Sie ran im Prinzip, zusammen mit den tschechischen Kollegen? Das ist verhältnismäßig einfach gesagt. Grundsätzlich mal ist es so, dass wir den schnellen polizeilichen Informationsaustausch hier pflegen. Und es geht hier nicht um Schwerkriminalität, sondern es geht hier einfach darum, einfache Datenauskünfte möglichst schneller Zeit effektiv weiterzugeben. Das heißt, hier geht es um Führerscheinüberprüfungen, Personenüberprüfungen, Überprüfung von einem Wohnsitz, Überprüfung von Fahrzeugen, Dokumenten und so weiter. Natürlich geben wir auch Auskünfte zu Kriminalfällen, aber meistens nur im Bereich der ersten Ermittlungen, bis dann andere Ermittlungsbehörden oder Zentralstellen die Arbeit übernehmen. Hier haben wir den Kollegen aus Tschechien, den Pavel Rüber. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass das Vertrauen eine gewachsene Sache ist. Erzählen Sie uns kurz was über die Zusammenarbeit, über Ihre Erfahrungen da. Also ich bin bei dieser Tätigkeit seit dem Jahr 2004. Damals waren wir noch in einer Verbindungsstelle in Furtimwald. Und seit dem Dezember 2007 sind wir nach Schwandorf umgezogen. Und also darf ich sagen dazu, dass es schon im Furtimwald war, dass große Erfahrungen und eine Ehre zusammen mit den deutschen Kollegen zusammenarbeiten und hier in Schwandorf die Arbeit fortsetzen. Das wäre jetzt auch die letzte Frage gewesen Richtung Zukunft. Wie steht momentan das Zentrum da, sei es ausstattungstechnisch, sei es von den juristischen Grundlagen her? Wo geht die Reise hin? Was muss noch passieren? Was passiert gerade noch? Kann man auch ganz einfach fixieren. Die juristischen Grundlagen wurden mit dem neuen deutsch-schechischen Polizeivertrag zum 1. Oktober gelegt. Damit haben wir einen der modernsten Polizeiverträge in Europa. Das ist also das Handwerkszeug für die polizeiliche Zusammenarbeit, das ist gelegt. Da sind wir perfekt ausgestattet. Vom Personalstand her, denke ich mal, sind wir auch auf einem ganz guten Stand insgesamt im Vergleich zu anderen Zentren. Was uns einfach fehlt, ist ein Gebäude, was den Raum und die Möglichkeit gibt, diesen Personalstand ordentlich unterzubringen. Da haben wir noch leichte Defizite, aber wir haben eine sehr gute Basis mit den verantwortlichen Behörden und Organisationen. Und wir sind zuversichtlich, dass wir die nächsten zwei, drei Jahre in ein größeres, komfortableres Gebäude umziehen können. Wunderbar, dann passt im heimischen Standort auch alles. Und ansonsten, haben wir vorhin auch in den Vorträgen gehört, ist Schwandorf mit dem gemeinsamen Zentrum Exportschlager auch in Europa. Man muss da sehr viel durch die Gegend reisen, weil sich alle anschauen wollen, wie gut es hier in Schwandorf läuft. Gute Nachrichten hier auf Ostbayern HD. Gute Nachrichten